Moin sie Jungs und Mediz und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey wir sind hier mit Layla unterwegs nach Atlantis dann schauen wir mal da vorne wartet doch schon jemand auf uns wie es aussieht und dahinter ist erst das Schutzfeld ich dachte das wert schon hier vorne aber es sieht natürlich schon mal krass aus herr of memories we finally found each other I guess rebels always find a way it's nice to meet you in the flesh Aletheia or in the hologram it was only a matter of time until our realities crossed in one way or another hmm it seems as though we're not alone Victoria what are you doing down here Layla it was way too dangerous to let you do this alone I wanted to keep an eye on things personally who's this this is Aletheia the voice from the staff I was talking about of the issue Victoria can you believe it I've had nothing but time to study the patterns of human speech so I should sound less like a talking stick are you sure we can trust her she steht vor allen dingen direkt da ne don't worry she's a friend she wants to help us with the staff it was always known to me that the air of memories would embark alongside the keeper Cassandra you weren't in the plans can I trust you of course you can I'm her doctor and I need to be here to keep an eye on Layla's vitals you keep out of the way this journey is yours and Cassandra's you'll need to build up the strength to withstand the staff's corruption as Cassandra finds power to fuel both her and as staff you too will feel that physical connection so you want Layla to go in there I don't think so who knows what exposure to even more first Civ tech will do not me Victoria I'll go into the Animus and experience it as Cassandra right Aletheia your journey starts at the same place the keepers did the Animus will show you her way through the simulations if you're sure Layla we'll have to be extra careful I'll be here to monitor you with her are you ready sie mag sie echt nicht ja klar sie was soll ich denn hier sonst noch tun as ready as I'll ever be wish me bonne chance the keeper shares blood with those who came before and is connected to the issue the blood that is shared must also be offered and the great seal will open for us if you say so welcome keeper you've entered the great throne room of Atlantis what lies in this room are remnants of issue tech have adapted in order for you to begin your journey I'm sure you have questions this place did Pythagoras know it existed no I wouldn't show it to him this room was built by the issue to house something else these thrones were once just thrones now they contain my simulations don't worry I'll show you okay you told me this room was meant for the air of memories but I got it so easily you paid for it in blood blood that looks quite like ours when you look closely enough mother always told me there was power in our blood I guess she was right but there is more I have to do always keeper when the staff belonged to Pythagoras he used it selfishly for knowledge he was weak where you aren't you will endure lifetimes until the air of memories takes this burden the only way to carry the staffs weight is to find the strength to wield it you'll find that strength in Elysium the underworld awaits keeper see what I'm alive if I'm alive how can I come back from the underworld these portals are simulations they were made by me for you in Elysium you'll find power sources known as keepers insights this will affect both the keeper and the air of memories moving forward in the underworld will be essential to finding all the sources of power you're asking for blind trust Alithia you pledged yourself to me and our common cause keeper never forget that I'm on your side I won't let the ones that came before control your fate find the strength within you and show the staff your worth approach the first portal when you're ready okay okay portal ähm portal ähm was sieht aus wie ein portal äh wir haben nicht mal die auswahl sondern nur eins ja wir haben also schwächen nicht die Pythagoras hatte übermäßigen wissensdurst zum beispiel kann man Kassandra echt nicht unterstellen ja wenn es sein muss ja das Elysium das äh paradies für die helden denen die götter unsterbliche und sterbliche Kraft was keine Ahnung verliehen hatten uns ähm dankeschön der Hund hatte den Armreifen ah match und und sie pas Hm, ja, ziemlich. Adrenalineffekte. Feindliche Isus-Ordaten führen Spezialangriffe aus, die dein angesammeltes Adrenalin einfrieren oder entladen können. Das ist natürlich Kacke. Hört auf damit. Ich mag mein Adrenalin. Okay, Adrenalin eingefroren. Okay, da ist ein Bordenschütze. Hopp, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, shit. Ah, gerade wollte ich mich heilen. Und dann hat er so einen mega langen Speer. Und dann gab es Kassandra, Schaschlik, Kebab, was auch immer. Kassandra, Kebab. Das ist wenigstens eine schöne Alliteration. So, das machen wir vielleicht nochmal. Könnte ich mir vorstellen. Und diesmal einen schönen. So, wo ist denn der Typ hier? Da haben wir Bogenschützen. Aha, und die sind auch die Speerträger. Ah, deswegen war der Speer auf einmal so lang. Oh, okay. Und ich bin in deinem Rücken. Und ich bin in deinem Rücken. Was? Ist der jetzt verreckt am Gift? Ubisoft präsentiert Persephone. Oder auch die elysischen Gefilde. Da waren doch eben noch drei Millionen mehr ISU-Soldaten. Wo sind die alle hin? Oh, ich bin in deinem. $3 Nobody Goethe. Ja, das ist kein Auto. Oder du dich. Das ist ein получается, oder? Du einen hast du 11. Ah! Ja, ich bin Herm Sound. Als du deine Remember heSC 박ation mit mitschüt uncondetst. Das bedeutet, dass du bei Pythagoras warst. Das ist so schön, warum du hier bist. You need to harness its power. Now, your name. The staff calls me Keeper, but you can call me Cassandra. What is this place? Keeper! A great name with a great journey ahead of you. This is the Paradise of Elysium, presided over by the mighty Persephone herself. Elysium was a gift from her husband, Hades. This beautiful realm she crafted in her image is the only joy she gets from the Underworld. She's his prisoner, but she's come into her role as queen with much aplomb. Elysium, resting place of heroes. When I was a girl, I'd dream of seeing it with my own eyes. Then why would Persephone attack me? Most rulers don't take the sudden invasion of a lone outsider lightly. Speaking of which, the appearance of a living human is quite unexpected. I'm supposed to go through trials and eventually leave this place. There was a great seal, and the staff talks... it's all very complicated. Allow me to explain. The staff is a gift, not a toy. It can be a key, a weapon, and a way to attain power until the very end of time. Here, you'll find a means to control it before it controls you. After that, there is a gate that leads out of Elysium. But the only way to it is through Persephone, and she'd never allow that. I need to get to that gate. Try talking to her. Who knows? Maybe she'll convince you to stay. Or, you could find Necati, Persephone's top advisor and closest friend. Or, you could prove yourself. Prove myself how? Persephone sent guards because she's concerned. There are reports of lawlessness in Deathcalion's heritage, south of here. Why am I telling you all this? You said it yourself. It's very complicated. Elysium may look like paradise, but we all have our secrets. Okay. I'm thinking I go straight to Persephone. Not so fast. Give her some time to cool down. When you introduce yourself, you'll find her in her majestic Acropolis, perched high above the Asphodel fields. I could talk to Ekati. You could, though she prefers to keep to herself. The dwellers of Persephone's retreat, which is to the east, might know of her whereabouts. I'd ask them. Okay. Ich merke schon, hier ist alles sehr kompliziert. Maybe I should investigate Devcalions heritage. Persephone responds best to action. We need to smother them immediately, if there is a whiff of trouble against her. Tell me about yourself. Me? Well, I've never had anyone ask about me before. I work west of here. It's a modest workshop. But all great things appear modest at first, don't they? What can you tell me about my staff? I need to learn how to use it. Find my energy sources, the perceptions of Hermes across Elysium to imbue both you and the staff with power. Only then are you ready to move onward. You can't wield the staff without them. Are you certain there's nothing else you'd like to know? Ähm, scheinbar schon. I want to. When you've sorted your affairs with Persephone, come see me in Minos' faith. I look forward to hearing about your progress. I will. I almost forgot. I've invented just the thing for you flightless humans in Elysium. The wings of Herbis. Go. Enjoy them. Flügel? Was... Was... Was mach ich denn mit Flügeln? Das Weltenportal. Möglich schnell reisen zwischen den verschiedenen Welten. Alternativ kannst du in Karten mit X trippen, um darauf zuzugreifen. Okay, cool. Ähm, und... Hm. Das sehen so ein bisschen grün aus. Orcs. Ähm. Gut. Weltenportal. Okay, gut. Dann komm ich wieder zurück. Um zum Beispiel zum Schmied zu gehen oder sowas. Ich vermute sowas haben die hier nicht. Ähm. Einen Aussichtspunkt haben wir da drüben. Ansonsten sehen wir hier noch nicht viel. Wir haben Quests bekommen vermute ich. Ähm. Jupp. Benutze die Flügel des Hermes. Ähm. Als ewiger Wachhund verabscheut er Hermes den Klang der Gesetzlosigkeit, der aus Doikalions Vermächtnis kam. Er schickte Kassandra als Neugewonnene Verbündete dorthin, um herauszufinden, was der Lärm zu bedeuten hatte. Aber er hat uns nicht verraten, wie wir die Flügel benutzen. Also, finden wir die erst da? Oder ich vermute schon. Ich hab keine Ahnung. Okay. Also, auf den ersten Blick ist es hier echt schön. Vielleicht sollten wir mal den Aussichtspunkt genießen gehen. Elysionsherz. Extra große Blüten. Ja gut, aber die Isu sind ja auch einen kleinen Tick größer als wir, ne? Das erste Mal, dass Kassandra so richtig zu einem Menschen mit normaler Statur, sag ich mal, normalen Proportionen aufschauen musste. Sonst ist sie ja immer die deutlich größer. Mal gucken, ob wir hier hochklettern können. Ein paar Seefonee. Ja. 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 das wollte ich gerade fragen ist Ikaros eigentlich hier mit hergekommen kann ich mit dem Quatsch machen hier ich kann ok außerdem kann ich mich hier direkt in ihre Hand stellen super ja ich denke mal Jungs und Mädels ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann können wir das Ganze erstmal so ein bisschen verdauen und uns überlegen dass wir uns wahrscheinlich Hermes Flügel holen wollen beim nächsten Mal denke ich mal aber wer weiß macht's gut umstern habt einen wunderschönen Tag Ciao